Paul Lübe hier bin ich wieder ein keine Ehe ist es bei jeder von mir da war der Witz und Prozent Herr Herr David Herr Schneller hier sind wir die Berger Verlust wieder ein Video von mir der von mir Ränke man in 10 ich muss einfach mal XL werden das kann ja ich habe mich entschieden um um die sich aufzunehmen denn eigentlich wollte ich heute schon mit dem neuen Projekt anfangen aber auch schon ein bisschen aufgenommen und weiter dann allerdings ist mir einfach mal was aufgefallen aufgrund dessen nicht dann entschieden habe dass ich das Video noch mal neu aufnehmen werde weil ich das so nicht hinnehmen kann und deswegen muss ich ja heute irgendwie hochladen ich habe heute auch Zeit gehabt dafür deswegen geht es nicht wenn ich es nicht aufnehmen mit David Flick aber nicht vor mir weg ah steht vor mir und ich streffe mich nicht ein Fehler Bob da war und weg Jo, okay, ähm, war ich stehen geblieben Ups, Fallschirm öffnen sollte gekonnt sein, ne? So, wir sind hochreilen Ähm, jo, deswegen also das Pokémon-Split wird nochmal verschoben, ich werde zwar wahrscheinlich das war kurz ein Bug, ich weiß nicht, was es gerade war, es leckt jetzt gerade ein bisschen ich mache kurz, es ist kein Dings und so, oder aber ich weiß nicht, was es war Ähm, ja, das Projekt wird sich wahrscheinlich auch morgen verschieben ich werde es auch morgen sofort instant hochladen denn, ähm, ich will euch nicht warten lassen, ich werde wahrscheinlich die erste Folge auch schon bald sehen Oh, Insta Double Blast Fuck you, bitch Ja, ich weiß nicht, ob alles erzählen wird, ob ich will schon doch schon morgen hochladen Wenn ich es dann zum Morgen zum Laufen bekomme Alter, es geht gerade ab hier Im Hintergrund ist irgendwas, was wir ein bisschen nicht am Rändern, oder Und Dragonfire auch noch Und noch mehr Gana, und noch mehr Jetzt kommen alle Chrissy, kommt das noch dazu Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, das ist ein bisschen scheiße, was ist ein bisschen leckt hier Nicht ganz optimal Ähm, jo So, also das neue Feld wird sich ein bisschen verschieben Und Da Oh, Leute Ups, das war eigentlich ein Tonic Infight, das war nicht ganz legal von mir Okay, ich hau mal lieber ab Ah, ich bin nicht gegen zwei sterben So, Leute So Immer gedodged hier an den Scheiß, ne Und den jetzt mal hinten umrammen Oder auch failen Kann man auch machen Alter Ach, shit, aber ich hoch Nee, nee, nee Scheiß Battle Rift Ja, ein bisschen gefehlt jetzt Ja, ich schieb das alles mal auf die Lecks, ne In den Ausreden muss ich ja parat haben Ne Nee, aber Ja, sonst was kann ich erzählen Also Schule war heute extrem scheiße Ich weiß nicht Bad, einfach bad Morgen allerdings habe ich nur zwei Stunden Also heute ist Donnerstag Morgen ist Freitag Ähm, heute habe ich nur zwei Stunden Äh, morgen habe ich nur zwei Stunden Das glaube ich da heute Morgen habe ich zwei Stunden nur Denn, ähm Es fällt bei mir zwei Stunden Mathe und zwei Stunden Deutsch aus Gott sei es gedankt, ey Dankeschön Plus eins Joke Okay, David, ich habe die gleiche Idee Lol Same idea David Ja, ähm Ja, da sind auch ein paar Sind zu viele Leute da, glaube ich Ich meine, man Man kann ja gerne mal reinlaufen Aber nicht unbedingt unnötig sterben Ja Suck my left nut Because it has more hair than the right one Äh, meiner Fuh, Junge, fu Und ich habe vergessen, die Stoppo zu starten Okay, Leute, ich weiß nicht, wie lange es ist Dann muss ich einfach wieder so nach Mars gehen Aber auch zwei Runden oder sowas Eigentlich wollte ich mir heute die Die, 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 die Die, die Die Uhr stellen Die Stoppuhr Ja, stottern auch mehr Renke Das kommt immer gut Das ist echt Das zeigt eine Professionalität Durchaus Ne, ich wollte eigentlich die Stoppuhr heute benutzen Um wirklich auch zu sehen, dass ich dann so Ich meine, ich werde natürlich nicht mit in der Runde aufbrechen Aber ich werde dann natürlich sehen, ob es sich noch in der zweiten Runde lohnt Alter, also heute vermisst, ey Geht ja gar nicht Wahrscheinlich, er war genau in dem Moment, wo ich nach rechts gezielt habe, weil er dann links Oder hat sich das, hat sich das einfach fortgesetzt Hm, kann ich nichts mehr machen Ja, gut, kann ich nichts machen Ich entschuldige mich schon mal ein bisschen dafür Es tut mir leid, ich mache sie mit Absicht So, heute habe ich mal echt keine Musik benutzt, gar nichts Ich will, dass es heute wirklich läuft Alter Träume Ah Ah Ich will nicht sterben Das ist das, wenn man so reinläuft, dann will man eigentlich einen Roadkill machen Aber dass man zu fail, dass man, äh zu fail, dass man es sich dann nicht schafft, so einen Kack Roadkill zu machen Ah, shit, 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 der war schön, der war schön gewesen Popp ist durch Alter Irgendwett gebläst und meine Raketenwärtsschuss nach oben geblästet der extrem lacker für dich Na wo stand Luffy Luffy Sun Ja man David Wenn du dieses Video siehst GZ Dass du schon 29 bist Ich weiß nicht wie viel du noch brauchst Bis du 30 bist Aber echt GZ man Ja Ah wer war das noch Der weiß ich gerade nicht Ja leck noch mehr Ja man rank up Rank up Leutnant Okay Warte mal Ist es schlau hier rein zu fahren Ich denke irgendwie nicht Ich glaube ich gehe immer campen Ich weiß nicht wie so und das ist irgendwie so ein bisschen Bisschen scheiße Ja hier guck mal Leute ihr müsst nicht campen hier Ich meine ich bin auch gekommen aber ich komme nur campen Weil dort nichts zu reißen ist Man kann nicht alleine in den Mast reinlaufen Ich probiere es mal aber dann werdet ihr sehen was man nicht machen soll Da seht ihr ne Guck hier der eine Leute läuft jetzt rein Wenn ich ihm nicht zur Hilfe kommen würde Okay Ich habe kackt trotzdem aber Jetzt kann mir jemand zur Hilfe kommen hier Das passiert dann ist es einfach Strategisch unklug Eigentlich muss ich müsste ich jetzt ein bisschen von hinten kommen Und wie ist Prozent Back Backstem Ich glaube ich da Nicht Base Rating oder sowas Irgendwo da hinten ist noch einmal im Wasser Kurz Kicken da herwerfen Aktiviere IG zu spät Du bist cool Töte mich im Wasser du bist noch cooler Na wo ich bin im Fall Hey ho Ja Max ist auch im Let's Play Ich schreib mich nicht als ich auch nehme Sonst rastet der gleich vollkommen aus Sondern kann man sagen Ja ich bin Fame Ich komme ins Video Okay bin ich hässlich? Ja bin ich Naja okay Voll auch nicht Ich kann auch hässlich sein oder? Ja Kastration Check ich nicht Ah jetzt weiß ich was Kastration ist Doch ich weiß was es ist Jojo Kastration ist das was wir hier in Deutschland Ähm Ähm Hält gleich ein Oh Lacka Das ist das was wir hier Konfirmation nennen Soweit ich jedenfalls informiert bin Das ist halt eben in Österreich Und jo Genau So das war jetzt eine Runde Mal gucken wir jetzt nicht so prickelnd Das war so ein bisschen Wir wurden die Base Base Dingster Also wir wurden Mehr oder weniger Na Nee Base Rapp Nicht wirklich War War ja auch nicht in der Base Aber Ja die waren Meine Gegner waren auch hier wird dominant und haben uns Ja Irak ist auch drinne Größe Irak Jojo 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 GoPro go 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 Right there Straight So ich weiß nicht wie weit das jetzt überhaupt sinnvoll ist Ich weiß nicht Ah hinter uns Hinter uns Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen O Finn Ich hab's negativ Ja ich hätte bei Pokémon bleiben sollen Ernsthaft, ich hätte das mal zum Laufen bekommen sollen und in Pokémon das Play machen sollen lächerlich lächerlich kann man nix machen das ist mal ernster was ich für ein Fail-Im hab das kommt wenn man mal zwei Tage lang kein BV spielt das muss man wieder vollkommen reinkommen, das ist jetzt wirklich ungelogen jetzt hier keine Ausrede, ich meine ich bin wirklich schlecht, gebe ich zu aber es ist ungelogen meine erste Runde heute die ich spiele, das ist das erste Game ich hab sofort aufgenommen weil das jetzt nämlich schon etwas später ist und ich will heute noch ein umdenken Let's Play hochladen auch und ich muss auch noch hochladen, also das Ding jetzt mal bearbeiten und her, Luftgefliegt ähm ich muss ja noch erst mal erst mal rendern und so nen ganzen Shit und dann muss ich auch noch hochladen, das dauert ja auch seine Zeit, so keine Ahnung eine Stunde oder sowas und ähm ja, das ist das Problem und deswegen kann ich mich nicht mehr so viel Zeit lassen, also ich gesagt okay, erste Runde instant aufnehmen, ist gut seht ihr wie mein Aim, ich zitter so ein bisschen ich weiß nicht, ich hab eigentlich keine Angst oder sowas, aber eigentlich müsste ich richtig gut drauf sein, morgen zwei Stunden so und das ist eigentlich hm, naja wer weiß ich auf jeden Fall nicht ja ach, zu hoch ganz kurz, ich bin ganz kurz gemutet so ich musste meiner Schwester noch gute Nacht wünschen sie kam so süß rein und dann musste ich einfach ich konnte nicht einfach sie abwindeln abwindeln boah, das war jetzt mal echt lacker aber wenn jemand das mit Sprint um mich rum kommt, kann ich heute überhaupt nichts dagegen machen, ne mit Sprint um mich rum ist heute de das ist de tot so noch mal kurz immer gedodcht oh man, was mach ich auf den Scheiß ne hm, no bisschen campen, ne kommt immer gut ok weil ich will nicht zum Camper werden deswegen machen wir mal kurz ich kann jump jumping up und down was Irak gewechselt Irak ist gewechselt die waren auch schon so dominan eigentlich finde ich jedenfalls ok ich glaube ich habe das ich werde aber das ist wirklich nicht wenn ich wissen alter heißt wenn ich mich wirklich wo klicken oh los irgendwie hat sich das System sind schlecht geworden warum irgendwie so ein Power verloren oh Junge oh Junge Granit Spam natürlich Alter Spam Games sowas von bald ich könnte kotzen ich werde heute keine Runde Zeitung aufnehmen keine Wiedergutmachung heute nix gibt nichts wieder zum Gutmachen vielleicht für mein Bad Game äh Gameplay aber sonst ja ich komme morgen wenn ich morgen BV-Lasplay mache nämlich erstmal mal ich muss etwa zwei Stunden vorher spielen damit ich dann wirklich Pro-Aim habe und dann kann ich euch ein gutes Let's Play vorlegen jetzt müsst ihr nur noch nur noch einfach so den Shit ignorieren aber ich habe extra so vorgezählt ich wollte extra schön treffen und dann fähig dahin schießen ich bekomme ich treffe ich habe ein Trafenblech und es ist da na 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 gut der Schmutt bekommen also warte ich nicht auf sie boah es zieht sich so lange wie so wie so ein CS Kaugummi macht gar kein Spaß wenn man so ein geiles Game hat dann geht die Runde ganz schnell rum aber das ist jetzt ist so das Problem es ist kein geiles Game und ähm so muss die Gegner suchen und das ole ohohoho und ja der war heftig ok der war echt heftig Leute guckt euch das nochmal an 1080p Fullscreen und einfach mal wiederholen Repeat ihr werdet sehen es ist geil gewesen like a boss da seht ihr das kommt raus wenn man normalerweise kommt das raus wenn ich so eingespielt bin so wenn ich warm werde langsam wenn ich warm jetzt geht das langsam ähm ich muss ein bisschen leiser sein meine Schwester drüben schlafen und wenn ich hier so rumbrülle wie gerade eben das kann ich nicht bringen das kann ich nicht bringen ja es kommen wir mal spät auf und man darf halt nicht zum Nachwensch werden ich meine so spät ist es nicht aber aber da meine Schwester früh arbeiten muss muss sie also sie muss ganz früh aufstehen und dann muss sie also auch gut pennen gehen und dann sind alle anderen im Haus gezwungen dass sie leise sind und das ist etwas semi 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 optimal semi optimal oh lauf langsam kommt er eben jetzt schaukelt er nicht mehr so das problem ist ich spiel mit einer hohen sensitivity das heißt wenn ich anfange zu schaukeln dann treffe ich nichts mehr dann ist das so dann ist das so voll fuck voll fuck na ok der war auch nicht schlecht hab ich nochmal die Situation gerettet obwohl ich weggeblastet wurde nochmal so schön ok leute ich glaube so von der KD her weiß ich gar nicht wie ich jetzt gerade stehe von der GD her das ist vielleicht nicht so das beste Gameplay aber ich glaube das sind so ein paar Szenen die man loben kann also leute bleibt dran guckt euch das bis zum Ende an jetzt nicht so die Hälfte und dann so ja ok dieses Boycraft Bros. geben wir ein Like weil wir Mitleid haben und es reicht dann ne sondern guckt euch das ruhig an das ihr werdet nicht enttäuscht sein oh shit naja gut ich hätte ihn so gut gehabt wenn ich einfach bei ihm gebleiben also auf den Angezielt hätte down gewesen na kann man nix machen zack oh lul das war kurz und wie PS Drop mal kurz so naja ich weiß gar nicht jetzt hab ich gerade irgendwas was geht da schon wieder ab FPS Drops jetzt geht er ab ich hab keine Ahnung warum es ist aber mal anfängt zu flängen ich glaube auch was ich im Hintergrund ausmachen kann vielleicht habe ich irgendwas an noch ne na jetzt geht's wieder gerade eben irgendwie ist es auch noch so ein bisschen ja komm die letzte anderthalb Minuten kann man auch noch raushalten ich weiß nicht was das ist 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 ich glaube ihr werdet es noch nicht mal Leggi sehen weil wenn es bei mir ein bisschen Leggi ist dann bei euch meistens noch relativ flüssig olle oh und da krieg ich ihn nicht mal den aber noch und Irak na Irak traut mich glaube ich nicht mehr ah der Camper also hm merke ich mir ist abgespeichert ok der Shot war auch nicht ich war auch nicht von schlechten Eltern müsse sagen also war hoher Blässe und dann perfekt auf ihn runter bam der war nochmal nice ich würde sagen das war so eigentlich so dass die letzte gute Szene aus dem letzten Panel wenn jetzt nichts besonders mehr passiert oh lol ich muss es mal kurz ein bisschen gucken das ist nervt ich hätte jetzt zweimal schon gekämmt das ist lächerlich ich meine ich kann auch kämmen aber ich habe es auch kurz zeitweise gemacht aber ich meine er sitzt da jetzt schon zweimal auf so einem scheiß Dach und macht von oben so ein bisschen Action da da seht ihr nicht er aber er war es glaube ich doch er war es äh der andere auch kann auch kann auch noch 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 ein letztes Mal für sich feier zwölf Leben geheilt gewesen sein da egal Leute das waren die letzten fünf Sekunden hier da das geht mal vorbei und gg ok von den Szenen her was sind was gut so gut zu bieten Gameplay an sich war sonst so ein bisschen mau glaube ich eher ja wie muss ich jetzt sagen also ich habe jetzt nicht mich jetzt nicht wirklich wohl gefühlt sagen wir es so ich war so ein bisschen mein aim war so ein bisschen shaky ich weiß nicht kann ich das noch geht das noch geht es noch geht es noch ich will es eigentlich auch gar nicht wissen egal ich mag es für den Cut es ist egal wir glaube ich haben ihn angezeigt ähm ja ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken habt Spaß und so weiter man sieht sich die Tage morgen kommt wahrscheinlich die Pokémon als Play raus und so weiter und so fort bis dann